Lucia E. Elisabeth Betsy Belcomb-Babel war eine englische Vertraute von Napoleon Bonaparte in seinem Exil auf St. Helen A. Leben. Betsy Belcomb wurde 1802 als zweitältestes der vier Kindern von William und Jane Belcomb geboren. Ihr Vater war Schiffsagent und Proviantlieferant für die Ostindien-Kompanie auf der im Südatlantik gelegenen Insel St. Helen A. Betsy Belcomb und ihre zwei Jahre ältere Schwester Jane besuchten bis 1814 in England eine Schule und lernten dort auch Französisch. Die Familie bewohnte ein etwa zwei Kilometer vom Hauptort Jamestown entfernt gelegenes Landgut namens Adabrias, der nach seiner Niederlage in Waterloo von den Briten auf die Insel St. Helena verbannte französische Kaiser Napoleon Bonaparte traf dort am 17. Oktober 1815 ein. Da sein Domizil Longwood House noch nicht bezugsfertig war, bewohnte er bei den Belkombes auf Adabrias einen Pavillon. In den zwei Monaten, die Napoleon hier verbrachte, verlor die 13-jährige Betsy Belcomb ihre Furcht vor dem Franzosen und freundete sich mit ihm an. Beide verbannt ihr Sinn für Humor. Als sie zum Spaß Napoleon mit einem Säbel bedrohte, machte diese Episode in Europa Schlagzeilen. Napoleons Höflinge und Dina ärgerten sich über die junge Engländerin. Waren sie gehalten Napoleon mit Eure Majestate anzureden, nannte ihn Betsy Belcomb respektlos Boni. Nach seinem Umzug nach Longwood House besuchte sie den Kaiser häufig. Die europäische Presse, der diese Freundschaft nicht verborgen blieb, witterte ein amoröses Verhältnis zwischen dem Mit-40er und dem Teenager. Im März 1818 verließen die Belkombes angeblich der angeschlagenen Gesundheit von Betsys Mutter wegen St. Helena Richtung England. Der wahre Hintergrund liegt in den guten Beziehungen zwischen den Belkombes und Napoleon. Der englische Gouverneur Hudson-Low verdächtigte sie, geheime Botschaften des Kaisers aus Longwood House herauszuschmuggeln. Im Mai 1821 verheiratete Betsy Belcomb sich mit Edward Abel und wurde Mutter einer Tochter. Die Ehe war nicht glücklich und scheiterte. Mit Musikunterricht verdiente sie für sich und ihr Kind den Unterhalt. In den 1830er Jahren lebte sie bei ihrer Familie in New South Wales, kehrte jedoch zurück und lebte zeitweilig in Frankreich. Zeitlebens stand Betsy Belcomb mit der Familie Bonaparte in Verbindung. Im Jahr 1830 besuchte Josef Bonaparte sie in London und schenkte ihr einen Kämering. Napoleons Neffe, Kaiser Napoleon III. schenkte Betsy Belcomb zum Dank für den freundschaftlichen Dienst, den sie seinem Onkel erwies, ein 500 Hektar großes Weingut in Algerien. Über ihre Zeit auf St. Helena verfasste sie eine Autobiografie. Betsy Belcomb ist Großnichte, die australische Schriftstellerin Mabel Brooks. Er warb das Landgut Aserbriers und machte es in Erinnerung der Bindungen ihrer Familie zu Napoleon Bonaparte, der französischen Nation zum Geschenk.